Liebe Österreicherinnen und Österreicher Liebe Österreicherinnen und Österreicher Ich hab mir schon das letzte mal 40 gemacht Ja, wer bist denn du? Wolli, 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 wolli Sag'n Schoenonke wie es heißt Sag'n Onke wie es heißt Sag'n Onke, magst du eine Zucke? Magst du eine Zucke haben? Magst du eine Gekse haben? Magst du eine Gekse wo eine Zucke drin ist? Sture Honto Grüß Gott Grüß Gott Grüß Grüß Gott 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 aus und in der Räcke dran stehst, wenn sie schaut. Ist alle drin der Vater? Mööö. Dann die Mutter? Mööö. Dann ist sie Kleine? Mööö. Dann ist sie Ungeborene? Lesung aus dem Brief des Reifers und Vorstandes an die Bauern. Es dreht sein mit euch und mit deinem Traktor. Wir bitten dich, gehöre uns. Geht's, geht's los. Geht's, geht's los. Liebe Genossinnen und Genossen, wir haben in letzter Zeit viel Schweiz vergossen. Weil jeder in Müsam ein kleiner Bein sein eigenes Baum befruchtet hat. Muss der mich machen. Lager, Häusler, der Grund geht so lang zu Grund, bis es sieht. Und das Bahn läuft sich von den Fenstern. Drum, liebe Schwester, liebe Brüder, es wird von Tag zu Tag immer müder. zusammen. Jetzt muss ich mir das einmal ausrechnen. Macht der Zucke, hm? Muss ich mir das einmal ausrechnen. Ich muss ausrechnen. Ich muss ausrechnen. Ich muss jetzt einmal ausrechnen. Ich muss ausrechnen. Ich muss das einmal, das einmal, das schreibe ich zusammen, ausrechnen. Einmal keins ist keins. Zweimal keins. Moment, da muss ich ein Problem machen. Einmal keins. Wo kommt denn der da her? Es gibt's. Einmal keins ist keins. Einmal keins ist keins. Einmal keins ist keins. Und zweimal keins ist keins zweimal. Wie viele sind denn? Keime keins? Das ist gar keins. Das ist noch weniger als nicht viel. Das ist kein Nips. Oh, ah, Nips. Bum, 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 bum. Oh, ah, Nips. Die wird nicht durch Nips. Das ist so wenig, das bringen wir noch nicht einmal hin. Ist so wenig, dass ich es nicht bringe. I schon, aber nicht hin. Frage, wie viel? Wie geht das Ü mal? Wie geht das Üs? Ü. Ich weiß schon, zwei I und ein Verbinder. Sehr gut. Nach einem Umlauf kommt das Öps mit Leid. Y, Y bleibt ungelöst. Rechnen Sie in das Zö bei Strich Bär. So wie Saubär geschrieben hier. Aus. Ihr geehrter Sir. Ummerminpfeu. Ummerminpfeu. Adu is Motzka. Lenz am Son so füten, füten, wie füten, g'füten, füten. 1909, bleib nichts, bleib nichts, bleib nichts, 94. Zieke. Ja. Grüß Gott. Grüß Gott. Wie oft noch? Was gibt's mal? Wo ist es? Ja. Wo ist es? Ja. Kommt's mit. Wo? Wo ist es? 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 Ja. Wo ist es? Wo ist es? Wo ist es? Aha. Nein. Fangt's mit. Fangt's mit. Das kann man beim Songcontest einschicken. Ja. Was wollt ihr? Ja. Gut. Ja. Song, 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 was sie wollen. Alle. Song, 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 was? Die singen wirklich so warm. Wo wollt ihr? Ja. 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 Wo wollt ihr? Ja gut. Dürfen Platz nehmen bitte. Nehmen Sie noch mit, aber nicht mit heim. Ich bin für ihr da. Ich bin da. Für ihr mag ich die nicht, mag ich mich nicht. Wo wollt ihr? Ja. Ja. Wo wollen sie? Ja. Geh raus da jetzt. Die kann man nicht mehr so weggehauen. Die muss man nicht zusammen. Wenn man 10 hat, tut man sie in eine Öko-Buchs und trägt sie auf die Busse. Und jetzt sehe ich andere Heller in Prominente kochen. Die Gnade, die Gnade, die Knacker. Was? Da sind sie hier. Geh raus. Wolfgang Ambrus. Ich sing und ich sing, ich versuch zu erklären. Mein Intellekt, was an jedem nur recht, es ist zum Rähnen. Egal, was ich sing, es ist immer dasselbe. Die Texte sind seicht, ich mach mir's zu leicht. Und Schuld ist der Böwe, ich bin besoffen und gefährlich, wie selten zuvor. Ich lass mir nix sagen, weil ich bin zu stur. Und vom Konzert, da mach ich mir zu. Ich versteh mich nicht, ich versteh mich nicht. Die Texte sind abwachsen, sonst merke ich mir's nicht. Ich schau so blöd, manchmal schau ich blöd. Und auf der Bühne beweg ich mich nicht. Das begreif ich nicht, das begreif ich nicht. Das kann doch nicht sein, mir fällt nix mehr ein. Das kann doch nicht sein, dass das immer so weitergeht. Das kann doch nicht sein, dass das immer so weitergeht. Lick's mit Arsch. Stehenbleiben, Sie sind umstellt. Was ich las? Bleiben stehen. Ja, ich steh eh. Soll ich mir aufs Dach regnen, oder was? Jössers, Maria. Keine Panik. Holbe Wand, bewahrt Sie ruhig. Ein Organ. Was? Hier, Bertha, hier, Bertha. Ich hab ja am Beginn mit meiner Anzantel. Ente. Sie sind ja leicht einer ausgekommen, oder was? Hohen Sie rauf, kommen Sie, ich hilfe Ihnen. Mir braucht keiner Hilfe. Na warum? Ich bin von der Kobra. Na für einen Schlangenmenschen sind Sie aber nicht sehr beweglich, Hörn Sie? Einsatz hinterletten, oder was? Füße aus Dach, Hände auseinander. Hände aus Dach, Füße auseinander. Na wie is es dann, bald was wollen, wenn Sie jetzt hab ich in den Gruppuze, weil die Tropa ausziehen. Ist ja da die Frage. Ja, wenn Sie suchen, und hab ich zwei, gell, wenn Sie was is. Das war's? Das ist nur zu Ihren eigenen Schutz. Ja, klar, eigener Schutz, und haben Sie was Schlechts gegessen. Ich mein, wirst du brav sein, wird's gleich Pai-Chi-Pai-Chi geben. Sagen Sie einmal, werden Sie nicht selber von irgendwem gesucht. Ich mein, geben Sie mir mal in eine Dienstnummer. 007. Freilich, klar. Und ich bin der Batman, schauen Sie. Wenn ich einen guten Tag habe, fliege ich schon. Jetzt hab ich den Zimmer angeschnitten, jetzt sind Sie nicht mehr der 00, macht das was. Gehen wir mal zum Tatbestand. Ja. Schauen Sie, gegen Sie läuft eine Anzeige, dass Sie mit dem Fahrzeug da herinnen umeinander fahren. Na, darf ich das nicht? Auf die paar Meter kommt es Ihnen auch an. Um das geht es ja nicht. Da herinnen ist Fahren, Halten und Packen verboten. Packen auch? Was? Ja, haben wir es ja schon. Wollen Sie ihm kaufen? Warum? Weil Sie ihm so genau ausschauen. Wenn Sie ihn dann rausgetragen, ich mach Ihnen einen guten Preis. Wieso soll ich ihn rausgetragen? Ja, weil man da herinnen nicht fahren darf, den Platz, den haben wir Sie aufbracht. Sind Sie nur vorsichtig mit Ihren Äußerungen. Ich bin ja eh vorsichtig. Sie haben ja nicht einmal einen Windschutzscheim. Na geht da ein Wind, ich mein ehrlich. Keine Windschutzscheim, Windschutzscheim, das ist leichter, ja. Keine Scheibe. Wo haben wir denn das Bannendreieck? Wollen Sie? Das Bannendreieck. Ja, ich habe ja keine Banne jetzt. Was machen Sie, wenn Sie irgendwann eine Banne haben? Ja, wenn ich irgendwann eine Banne habe, irgendwann ein Bannendreieck haben. Sehr gut, wunderbar. Was ist da wunderbar? Kein Bannendreieck. Und keine Banne, schreiben Sie auch dazu. Wo haben wir denn das Verbandspackerl? Wollen Sie? Das Verbandspackerl, haben Sie da geschnitten, bei der Umgekehr, wo es ein Pflaster habe da, wo es ein gebraucht ist. Was passt das? Sie können doch eine Autopotheke haben. Na, die Klobe, aber eine Tecken habe ich eine Klobe-Atecken. Keine Frage. Eine Autopotheke. Ja, die ist ja eh ein Auto, die Teckenherrens. Was wollen Sie denn noch? Die Autopotheke, muss ich sagen. Ich habe doch mehr fertig gemacht, bitte. Sagen Sie einmal, bin ich das Rode Kreuz? Ich fahre mit ihm keine Einsätze mehr, bis ich da da komme, hat er angeschlagen. Machen Sie ein Theater. Nein, Das wird teuer, das sage ich nicht, das wird sehr teuer. Da bleiben Sie da einmal. Ja, ich bin nicht da. Wie schauen wir denn mit dem Blinker aus? Was? Schalten Sie mal. Bitte? Ob Sie ihn einschalten? Klar, immer, wenn ich abüge. Haben Sie überhaupt den Pickerl für das vor? Was? Ob Sie ein Pickerl haben? Na, Frau, ich bin ein Pickerl, ob ich nicht fahre, sind Gichtfahrer, toben, ich lupo, ob ich damit kein Tag verloren geht, Auto hasst gellert Platz. Da haben wir sie. Was denn? Nein, das ist ja angerinnt. Wo ist sie gerinnt? Den hilft mir nix. Ich auch nimmer. Sie wollen damit sagen, dass das Fahrzeug gar nicht zugelassen ist? Jetzt, wo soll ich einen denn zulassen? Die vermehren sie ja noch im Werk. Meine Herren, was ist denn? Wenn wir das wegrahmen, da schaut sie aus, weil wir an der Baustelle. Führen wir das auszutun, ganz rasch. Ich war ja Baustelleleiter beim Business in der Baustelle. Ich war ja, der Schremmaster ist mit dem Bagger im Fulzimmer Rallye gefahren. Das war ein Fanatiker, der hat sich mit der Hilde niedergelegt. Bitte, händlich haben wir die Hilde angedeckt, gehabt, da hat sie 14 Tage durchgerinkt. Frage, wo ist denn die Plane? Im Auto. Na, da ist sie aber gut aufgekommen. Könnt ihr es holen? Es ringt ja. Beim Garndurchgeladen schon war er angedeckt. Klar, hat aber nix mehr genutzt, weil die Maurer haben sich jetzt über den Siegerschach zubetoniert, dass er nicht nass wird. Gut, ich meine, wenn ein Maurer was angreift, macht er sowieso immer einen Föller. Das ist ein größter Föller, ist ja, dass er was angreift. Manche gehört neu betoniert, dass sie nix mehr angreifen. Wir haben einen Maurer gehabt, der war die meiste Zeit zu fett, hat beim Auge auf dem die Maurer nicht einmal drauf. Verstehst? Ich kenne keinen einzigen guten Maurer, ich kenne keinen. Da wird Architekt so gut, was mich regt. Unsere hat uns ein Betonstinger gerade eingebaut mit unterschiedlich hohen Stufen, da war nicht einmal der Bumdorfauf gekommen. Verstehst? Installateert, hat die Fußbodenhatzung so heiß eingestellt, wenn sie bloß für sich drüber geht, es bleibst, hat er picken. Ist ja ein Wahnsinn. Eine Hatzung von Vogel und Not. Im Winter zeigt seinen Vogel ins Umar wo ist denn tot? Alle Leute ganz schlecht isoliert, draus das Wasser auf, geht das Licht aus. Na ja gut. Schuld sind die polnischen Leitfräger. Steffa der Mauer, frage ich ihm, wo ist denn da die Erden? Geht ein Garten aus, der holt einen Kippel vor ein und lebt man unter Steckdosen. Ist ja ein Wahnsinn. Wenn ich nicht aufbaue, rennt die halbe die Hütte auf Starkstrom. Einmal das Licht auf dran, kannst du einen Kredit aufnehmen. Ist ja ein Fliesenleger. Sag ich, Alter, das ist kein Fund, das ist eine Bundesstraße. Magst du bei mir? Ich glaube, du bist in die Wechseljahre, solltest du an meinem Beruf wechseln. Pickt alle das Schiff auf und lasst es fallen, hast beim 100 Wasser gelernt. In den Tachdecker nicht, frage ich noch, was decken sie privat, hat er meine Auge und bin in die Mütterkübe gelegen. Unfreindlich sind sie. Meine Estrich- und Putzfirma, die schrägen Viehre, hören sie. Die glauben, heute noch ein Wasserburg ist ein Surfbrill an. Ja. Vom Zimmer, wollte der Mann sagen, macht er dann meine Pyramiden. 90 Grad Tachschrägen, so wie du keine Kapitel aufhinkern, dann nehmen sie halt den Bauermaster. Nach sechs Monaten hat er das dann endlich ein Maler gekommen. So wie heute, da haben wir Fensterstreichen in Weiß. Na, der hat das wörtlich genommen. Wenn ich nicht dazwischen springe, habe ich auch einen Mischglauchel nebeneinander. Lassen Sie ihn einmal eine Kuchel von einem Tischler machen. Ja, das kann lang dauern, bis die ausgeliefert ist. Unter Umständen sind sie vorher gestorben, bevor sie es noch haben. Können sie dann einen kleinen Sorgers hier machen. Liegst drin in der Regina-Kuchel mit Dunstabzugsheim. Dass die Wimmer keine Luft haben. Wenn Sie eine Reinigungsfirma haben, bitte aufpassen, weil sonst putzen Sie ihn mit dem Drahtwaschel in den Paketboden. Weil Sie glauben, es holen Sie uns aber, weil Sie glauben, ein Tewig ist drunter. Na, gell. Es gibt's ja noch, sag mal, wieso sind denn Sie schon da? Sie haben noch gar nichts hergerichtet. Wie wenn ich nichts hergerichtet habe, habe ich mir noch nichts hergerichtet. Habe ich eine Mama mal gane oder was? Jetzt wäre es ja schon viel passiert. Ich habe mir beim Zähnputzen habe ich das abgebrochen, weil ich mir ein Bier schlaggerutscht bin. Dr. Best, brauchst du einen Waffenschein. Der Gescheitere gibt noch. Das ist ja nicht wahr, bitte, sind Sie mir nicht böse. Ich meine, was sollen Sie da machen mit Ihnen in den Fenstern? Vielleicht haben Sie noch einen Weg, oder? Wir gehen was einkaufen. Morgen ist der einkaufsloser Samstag, was weiß ich nicht. Wann sind wir ihn besuchen, die zeitige Oma wegen der Erbschaft. Ein bisschen ein Stuhlizitin stehst du im Testament drin. Huckt er schon 30 Jahre auf die angeregenden 20er, Weihnachten kommt auch. Das ist ein Wahnsinn, weiß ich nicht, was ist mit Ihnen? Was weiß ich, spiel mir ein Bummerl, jeder kriegt eine Karte. Ich habe mir leid wegen der Kartenaufstellung, wie muss ich das machen, wissen Sie, wegen einem Finanzer. Ich lese meine Steier-Vorschreibung, habe ich gleich ein Gesichtsläum und gekriegt. Bin ich zwei Wochen als lebendes Denkmal ineinandergerinnert, Frau Steinerz. Habe ich geschaut. Ist der Prüfer gekommen, hat er gefragt, von was leben Sie? Ich sage, vom Essen und vom Trinken Sie nicht. Wenn man der meine Flieh taubickt hätte, mit dem Guckuck war ich zum Frohobohren. Kein Theater. Hätte man einen einen Monat Wurstgen umgekriegt, den Prüfer finden Sie nie wieder. Nein, nie wieder. Dabei muss ich ja sagen, weil er der Frohler ein kleiner bei einer ORF. Stellen Sie sich einmal vor, wo es im Bacher sind, kein Opfer, der es vorgegeben muss, bei dem Programm, was wir haben. Allein das neue ORF im Problem. Ich habe es gleich zugepickt mit dem Billerbicker. Also, bei der ORF nimmst du ja alles, was sie nicht zurückreden. Das merkst du ja schon beim Sprechertest. Sag's einmal ernstig, Hörschig, Lala, Hörschig, passt. Einziges Gott, ich mag es im Fernhaut. Die ganzen Sendungen tun diejenigen, die Unterhaltungssendungen tun. Wer lacht gewinnt, Horst Friedrich Mayer in der Kombinäsch in 88 Gleichsekunden. Mein Kuhlmann seien da ein Grinser, der muss eine halbe tun sein beim Schminken und das gibt es ja das gar nicht. Das ist ja möglich. Wie gibt es denn so was? Mehr erotig im Fernsehen, die Hand hat auf Tutti Frutti Edith Klinger als dumm, wenn er vom Gieserplatz. Zeigst du, dass du gerade so ein Meerschmendl ausgepeitscht. Den schwarzen Tier noch, auf Sada Masa war der Leser. Der Hamster im Feierrauer in Zitepa. Das sind Sendagern da. Wer auch sagt, muss auch Rapsang. Am liebsten woher man nicht baut wird, ob er nicht kennt. Die ganzen Gewissindungen da. Da an der Gewissindungen da ist gut gebrüllt, Löwe. Wie buddern die fliegt so oft, weil sonst hätten wir nicht so viel. Weiß man ja. Das ist nicht zum Ausholen. Na, was ist denn? Da habe ich mir den Musikartenstuhl alle vier Wochen. Aggressionen im Vorab. So lustig, wie der Sandwich spielen so die Gretzenbüben die Schorlochbüge. Der Herr Burgermeister kriegt am Fernsehwassel, aber den können sie nicht essen. Können Sie? Ah, das ist alles da. Klub zwei. Heute diskutieren wir, warum wir diskutieren. Um drei in der Früh, warum riecht der Schatz nicht gut? Seien Sie meine Pätsch. Fressen, dreist, packeln, Soldete und Reden, Deppert. Macht einen ja Mirt. Auslandsberichterstattung mit Paul Endwey. Können Sie mich hören? Ja, ich sehe Sie. Gibt's ja nicht. Wo befinden Sie sich? In einer Telefonzelle. Nein, welchen Lounge schauen Sie mit dem Bichl noch? Stockerau. Hören Sie, sind noch da, sind noch schon Durze. Ich habe jetzt Flugzeugversammel sollen machen. Legen Sie noch nieder. Können Sie alles vergessen. Ganze Politikwilde. Seien keine Politik mehr. Ich meine, es war auch die Kläste-Lange-Erlaubung. Da war der Zitat-Begräbnis der vieler Forschung dagegen. Hat er gesagt, ich werde ein Bundespräsident für alle Bundesländer sein. Denn Kontrolle braucht Macht. Das stimmt. Jetzt ist alle Arschlangen im Fernsehen. Dreh, drat, drat, der Kläste ist ja nicht schon wieder da. Jetzt haben wir ein Nasenbäder, der fortfahren dürfen. Das ist ein Unterschied. Interessiert er bitte keinen. Ein Ding. Haben Sie bitte in Waldheim seine Abschiedsrede? Wie der Durkland ist, ein Mann ein Schatten seiner selbst mitgebracht. es Buch. Das ist ein Buch. Verlosen von Gut und der Welt. Keine Freunde hat er gehabt. Der einzige Haberer war der Sadam. Kann er sich auch was einbüten. Ist das Gleiche, aber dann sagst, du bist mit Jack Unterweg in ein Glas rausgegangen. Doppelt abgesichert. Dann sind sie alle eine gerade hinten. Nicht Kudl, wir sind da eh nicht best als Gäste. Du hast eh ein guter Buur. Soll ich mir da viel zu, wir bringen die heim. Nein, ich reite selbst. Das ist ein Wahnsinn. Man verliert den Glauben an die Politik. Verliert man ja. Man verliert den Glauben an den Glauben. Christin, der Zeit mit August Paterno. Wenn wir alle ein bisschen näher zusammen in den Rücken haben, wenn wir alle ein bisschen weniger Platz. Wenn man weiß, ist in einem das ewige Licht ausgeht, hat er wahrscheinlich die Stromrechnung nicht zu weit. Aber der war ja der harmlos, der Mann zu den Bess. Aber wenn ich einen ausgefressen an sich bitte. Jetzt. Ah, da war der genau. So, ich denke jetzt, der Pastor der Truppe im Fernseher kann ich mir ein, ey. Dass der Frau mit Urwaschle im Bild was lauter Blödsinn redet. Gibt's denn sowas? Haben Sie mal eine Bechtschieferbraderung machen müssen, dass einer nicht stecken bleibt drinnen? Schauen Sie, der Krenk und Leicht in Zölibat Lebenswunsch mal. Eine Frau, hat ich den freiwillig nehmt. Gut, haben Sie schon einen Wasserkarne, das ist ja gut kein Hund. Man weiß ja, das war doch nicht scheiße, der Böder. Man weiß ja, das ist ja so oft wie ein Lochzungenbran. Die fühlt hoher als ein Stockfänger. Der hundelt. Also, wenn Sie mal starke hinterher und haben so ein Zweifel gefiesst, das ist ja okay. Das ist ja ein Stockmagnet. Das ist ja was. Allein wie haben Sie schon mal in Zölibat gesehen, wie der geht, allein mit den Dingen. wenn man so wogelt, in den Eichsbogel, wie die Jennifer Lumpitz. Ich mach den Leifball, ich mach den ersten Preis. Wie gut ist das nicht, wenn die Jungen trage ich? Aber ich hab mit 17 nicht eine halbe Flaschenbog gesoffen. Eine ganze Zeit. Man wird ja nicht ein bisschen schwanger. Was klein ist vielleicht. Schauen Sie mich an, bitte, bitte. Schauen Sie mich an. Ich bin 2015 21. Ja? Ich bin die Mindestgesicherung. Also, gesichert. Mindestens. Ich bin immer gesichert. Ich bin eine Gewinnwohnung. Ich bin die schwarze Null. Ja? Ich bin faktisch insolvent. Insolvent. Wins. Na ja, was gab es noch leicht. Ich bin seit der Geburten im Asyl. Ja? Quais Ingländer. Ich war ein Steißluge. Ich bin ein Schöner. Schöner. Ich bin ein Schöner. Ich bin ein Schöner. Ich bin ein Schöner. ein Vorrangst. Hinten. Haben Sie gewusst, dass ich mit einem Elefant 700 Bit Feuerzeug fülle? Ja? Ja? Das Problem ist nur, ich bringe das Gas ins Feuerzeug. Aber die Ö macht schon Die muss nix nehmen. Also, hundertprozentig sicher bin ich mir. Unser Fußball-Nationalmannschaft. Die nehmen nix. Und wenn sie was nehmen, nehmen sie das Falsche. Jetzt haben sie zehn Jahre Nutella gefressen, jetzt sind wir ein Schweizer Trainer und jetzt kriegst du eine Doppel-Runge. Knack dir deinen Trainer ab. Jetzt, was wollt sie, schauen sie dir das einmal an. Da geholt sie mal in die Ketten raus. Wenn sie nicht alle die gleichen Dressen hätten, wissen sie ja gar nicht, dass die Zaun gespielt. Da rennen drei aus und vier finden nimmer eine. Für manche brauch ich kein Stoppa, da brauch ich kein Nieder. Da haben wir gespielt, wo waren die her, aus dem Kühlen-Orden. Da haben wir gewonnen, die sind ja mit Eislaufschuhe eingekriegt. Da hätten wir noch nie ein Visum gesehen. Aber die hätten wir ja ohne Füße angekommen. Da fluchten sie einen mit der Schulter. Das wäre ein Wahnsinn. Was wollt wir wissen? Das ist ja verkehrt. Jetzt sind wir leidzter im Fußball. Jetzt sind wir eh schon leidzter. Nein, wurschtbar so. Jetzt sind wir eh verkehrt. Und ich denke mir das so. Bei mir kommt es ums Pech. Weiss nicht, wie du. Fängt im Verkehr halb an. Jetzt war das nach einem Jubel an. Gernoteld an, da. Der Lugnet grüet ein, wenn ich noch nicht oben büe. Was wollt ihr? Die Witten-Jusseln. Ich kann nicht nur sagen. Die ist doch eingehaut. Ich hab gesagt, ich bin früh im Operbalm, mache ich lieber eine Gnähe. Ich stehe lieber in der Bode-Wahn als in der Loge. Das ist ja ein Wahnsinn. Was das an der Herzen hat, was der O-Tat von überall. Das ist ja ein Wahnsinn. Das ist ja ein Wahnsinn. Das ist ja ein Wahnsinn. Was will denn der O-Tat sagen? Der kommt mit den Eiergaben an. Was ist denn mit der O-Tat? Die Eintrinken drinnen und sich auf Spätzchen. Und Pote kann ich gar nicht, dass der Karl einen verkauft. Das ist ja ein Wahnsinn. Und die Mäuse ist ja überall ein Benefiz. Mein Gott, ein Benefiz. Ohne Mäuse geht das nicht. Was, wie ich euch gesagt habe, bei der Eintrinken, bei den Jungen-Camp ist das letzte Urteil. Beim Öl-Wahn-Betest. Die Wirmen haben es ausgespuckt. Jetzt, weil ich ein Vogelspinne bin und die greift mir aus. Zeig ich den Vogel. Die beiß ich dann nicht. Schaut, ob sie geübt. Der beiß ich früher noch ein iPhone 2. Da tue wenigstens was vor allem sie machen. Das ist ja eine große Gänze. Seitenblicke. Ja, ja. Alles klar. Es sind viele Gäste heute in Seitenblicke. Hier sehe ich Toni Polster. Gewinner des goldenen Schuhs von Hummerich. Wunderbar. Heute da bei uns Toni Polster. Sie haben das einzige Tag gegen Österreich geschossen. Herr Polster, wie war denn die Torsituation? Können Sie das ein bisserl in Seitenblicke schildern? Wir sind in der ersten Halbzeit eingelassen. Stellten uns alle bei der Mittelanlage an. Und warteten den Aufpfiff auf. Ah ja, ah ja. Herr Polster, man hört Sie geben konditionell alles. Ist das richtig? Ja, das ist vollkommen richtig. Das ist total richtig. Ich hole immer das letzte aus mir heraus. Aber jetzt bin ich nicht mehr in Österreich. Jetzt bin ich in Sevilla in Italien drüben. Und da habe ich auch eine schöne Villa und jetzt weiß ich nicht mehr, was ich sagen soll. Alles klar. Wir bleiben beim Sport. Hier sehe ich Ernst Havel aus dem Dreierbackel rausgehofft. Haben wir die Ehre? Aber wie sehen Sie den österreichischen Fußball? Ich muss sagen, der österreichische Fußball fehlt die professionelle Einstellung, ja. Ein Fußballer muss trainieren, ja ein, ja aus, konstantintensiv. Muss ein Fußballer trainieren, ja ein, ja aus, konstantintensiv, ja. Leider Gottes sind auch verschiedene Medien schultragen, wenn manche Herrn Fußballer glauben, die können mit der BMW und mit ihrer Mercedes bis in Strafraum eine fahren. Ja, das geht nicht. Sagen Sie, Herr Havel, können Sie sich vorstellen, dass Sie einmal das Nationalteam trainieren werden? Schauen Sie, wenn ich die österreichische Nationalmannschaft übernehmen tue, ja, dann ist eine Revolution in Österreich finanziell, was mich betrifft, und konditionell, was die Mannschaft betrifft, ja. Wenn ein Spieler von Swarovski-Wacker nicht tausend Meter in drei Sekunden rennt, ja, dann schmeißen wir einen Weg, das kriege ich nicht, ja. Es tut mir leid, dass ich das noch einmal sagen muss. Wir sind ein internationales Null, was den Fußball betreffend tut in der ersten Linie. Weil manche Herren Fußballer glauben, es ist ein Frosch, in Polen sollst du da nicht hupfen, alles klar. Ernst, Herr Havel, kein Österreicher. Hier sehe ich Gerhard Berger, Gerhard Berger, ein paar Worte an deine Fans. Grüß euch, du als der Gerhard Berger mit der sechsbeinige Hund von Archib. Nein, keine Werbung, Pull. Gerhard, du hast ja vier Matchbox-Trainingsfahrten gemacht, ne. Lader will in die Form der Ansehsteine, zwei Zitel in der Eurot getrieben, haben wir das schon. Trabant im Vormarsch. Gerhard, wie schaut das aus, seit Kind bist du Rennfahrer, stimmt das? Vollkommen richtig, schon als Kleiner hat mit Mutter mit dem Kinderwagen über die Peschung. Da bin ich aber rausgeflogen, da war ich ganz blau. Ah, ja. Gerhard, du bist ja bei McLaren, nicht mehr bei Ferrari. Was hat denn das Auto für Extras, was andere Autos nicht haben? Der McLaren hat einmal Zentralverspiegelung. Außenliegende Nockenwöhn, dann hol der Alu-Schumbezüge, gedönte Heckscheinwischer, außentemperierte Rückspiegel. Dann hat er noch drei Wecklenker, links, rechts, gerade, wenn der Mann das mit Kupfdachmann wüsst. Und ein vollautomatisches Getriebe, das fällt automatisch aus. Ah, ja, ah, ja. Gerhard, was machst du, wenn du nächstes Jahr nicht Weltmeister wirst? Da kann man die ganze Frau mal eins am Arschlecken, da kaufen wir ein Flugzeug und fliegen mit Niki um die Welt. Alles klar, Gerhard Berger, ein Österreicher, was wollen wir mehr? Applaus Wir kommen in die kaputte Branche, in die Bobbranche. Hansi Lang, ein Satz von Hansi Lang. Ich war noch nie so tot, wie er ausgeschaut hab. Sehr gefährlich. Aber es geht noch einer drüber, der nächste ist 20 Jahre im Geschäft, hat eine Jahrhundert-LP herausgebracht, kann man sich auch mit 100 Jahren holen. Der Söhne und Töchter. Wir werden vom Jahr zu Jahr schlechter. Hören Sie, war das ein Wahnsinn jetzt, die Zöllerei? Haben Sie das gesehen? Die... Wir haben uns ja aufgeholt. Das war Resultat. Haben Sie im verfassungslosen Gerichtshof wieder gestanden. Im Namen der Reko Glütz hat er gesagt, Aus. Aufgelöst haben wir. Ungültig ein Fünfer im Wöln. Wir sind alle durchgefallen. Und Österreich schon. Wir sind die Bananenrepublik. Ja? Gut. Habe ich gleich gesagt. Aber wir, ja? Essen die Bananen nicht. So habe ich den Brief geh. Ja? Wir haben die ins Vaterhofer Sauer rein. Ein Piloten drauf. Pass auf. Na, geh aus. Da. So. Und dann. Irgendwas. Es war ja schon ein Dreier. Kann ich noch sagen. Schuhe sind die Wohlkarten. Ja? Briefwahl. Was brauche ich ein Kuvert? Ja, wenn ich kein Kuvert habe, kann ich es aufmachen. Ich stehe jetzt ein Kuvert. Und wir können das vergessen. Na, was wird jetzt sein? Jetzt kommen wir wieder hin. Jetzt müssen Sie den Vogel dreimal wöhnen, bis er einmal glüht. Ja? Habe ich einen Scherer. Ich meine, seid so etwas. Wenn ich sage, wie machen wir das? Keiner geht hin. Variante 1 zur nächsten Wahl. Variante 2. Wir wählen alle weiß. Dann wünsche ich Ihnen viel Spaß beim Auszählen. Ja? Da kann sich der Fülzmeier seine Hochrechnung auch in die Haar schmieren, in die drei Federn, was er hat. Oder wir gehen alle hin wählen und warten bis zur Auszählung. Im Urlokal. Da wünsche ich Ihnen auch. Da geht einer die, hat seine Dekrette raus. Ja? Und ich sage Ihnen noch was. Es gehört eine Wählerregistrierkaste her. Da gehe ich hin, gebe ein. Vater war war. Oder Steckenbiertel. Zwei Meter. Der schaust sich und kommt raus. Außer, lieb's ihm. Haust sich mit dem Iskübe und Auszähl dich. Und eins, da war ich Ihnen auch. Bis nächstes Mal, wenn's mir in Österreich noch mehr Mord gehen. Weil ich mich selber, greiz wohl ich mich auch. Da weiß ich wenigstens, was ich hab. Lang der Söhne und Älter. Wie wird von Tag zu Tag Glück auf? Glück auf. Was willst du? Einen Spalter. Einen Spalter. Einen Spalter. Einen Spalter. Was haben Sie denn, Herr Polster? Haben Sie ein Problem? Ich muss nur noch... Ja, die zweite Kürung. Es ist echt so. Es ist schwer. Parodist ist ein hartes Geschäft geworden in Österreich. Weil die meisten Originale verarschen sich eh schon alle selber. Schwierig. Es ist ja alles so Schlag auf Schlag. Kaum vorst den Urlaub dann schon butschen. Deshalb ist ja der Zilk in Wien geblieben. Sonst war die Tage jetzt am Ruder. Das ist klar. Das weiß man eh. Es ist ja nix neiges. Schwierig, ne? Aber... Es ist ja auch früher so klassische Topikofrasen hat's gegeben. So fucker Schwaldbrom. Aber Frau Nitzke Busse, gar nicht so schlecht, ne? So... Der Franz, wenn er die Wuchtel trug, liegt auch alles am Bugeln, ne? Ja. Dann weiß man nicht, wer macht das Kabarett in Österreich und muss man fragen gehen. Ich war so unsicher. Wirklich. Ich bin so mit einem Aufnahmegerät fragen gegangen, ob die Straßen aus dem... Was ist Kabarett, ne? Entschuldigen Sie, ich mache hier eine... eine Straßenbefragung. Pfff... Alter, was fragst du denn da um mich? Ich bin ja ein Straßenherrst. Wanns hin wächst mit der einer? Also Kabarett. Kabarett sicher weniger, ne? Früher wir sehr viele Kabarett gesegen. Woodstock, Zapper, Hendrix, ne? Sehr, hab ich gesegen. Damals wieder Jim mit der Gitarre in die Box eingeschossen und hat gewusst, in alten geht's komplett bergab. Chemie macht hin, nur die Natur macht zu. Weiß man. Weiß man, ne? Ich bin nicht so gut drauf, ihr könnt mit einer Hand um Volumen strecken. Echter Wahnsinn, also schon, ne? Also für mich persönlich jetz'n, ja? Für mich jetz'n, persönlich jetz'n, ist ein Kabarett dagegen sei. Ne? Bin ja total dagegen. Ich bin sogar gegen mich. Und wenn ich mich demütigen will, schau' mit den Spirgel. Kein Theater, ne? Schuhe, schuhe, ne? Es ist ja auch so, dass ich mir da nicht einen Typen meine, circa zwei Stunden um 250 Schleißse, irgendwie nicht alles hören, ja nicht alles riechen, das ist nicht gut. Lauf kann ich nicht gehen, wenn ich will, ne? Das ist ja irgendwie ein Wahnsinn, ne? Deshalb mach ich Demos. Jetzt haben wir gemacht ein Anti-Demo gegen einen Haider. Hoppenkreiseln auf Gratführung. Servus haben wir gegangen. Also. Wascherpointer. Das ist geil, das ist geil. Ja, der zieht. Himmelig. Aber. Da hab ich gemacht ein Demo und ich rette den Wald, nicht rettet den Baum, sondern rettet den Stein. Da bin ich nach Lidschau aufgefahren und bin am Felsen eingemeißelt. Rettet den. Den Stein hab ich nicht eingemeißelt, ne? Da sind die Leute vorbeigegangen, die das gar nicht baugt, verstehst du? Deshalb bin ich jetzt auch bei der Männerbewegung, wie man Demo gemacht gegen Kondome, weil Afrika bist genug, ist ja klar, ist ja klar, ist ja klar. Wissen wir, was wissen, Alter? Es geht uns schon ordentlich am Keks erst, Alter. Jetzt bin ich ein bisschen unsicher, gönnt sich auch. Sie wissen jetzt auch nicht, was ist das Kabarett. Vielleicht wird mein eiskalten Show-Profi fragen Arnold Schwarzenegger. Wie sehen Sie das Kamerä? Du musst alle bei Live dabei sein. Du musst der Brandauer sein. Du musst der Beinmann sein. Es muss Druck haben. Es muss ein Speed haben. Es muss eine Action haben. Die Leute müssen forschen. Die müssen sich anschiefen und verlachen, you know. Arnold Schwarzenegger, echter Österreicher. Ich bin stolz. Ich bin stolz. Ich bin stolz. Ich bin stolz. Bitte, ja. Bitte, sind Sie doch stolz auf unser Land. Habe ich gesagt, dass ich nicht stolz bin auf unser Land? Sind Sie froh, dass Sie da leben können? Habe ich gesagt, dass ich nicht froh bin, dass ich da leben kann? Sind Sie ein Patriot? Sagen Sie, haben Sie in einem heimlichen Fendrich eine Zunge? Nein, da muss ich gehen, da kriege ein feuchtes Hose. Nein, da gehe ich jetzt. An dem können Sie ein Beispiel nehmen, ja? Ja, ich habe es auch gelesen. Er ist der Vater, Theresa. Es ist überall gestanden, ja? Bitte, der schreit in die ganze Welt hinaus. Es ist auch überall gestanden. I am von Austria. Liebe Österreicherinnen und Österreicher, liebe Freunde. Geh für Werib am Weltkampf für meinen Buben in Reini. Reini, geh schon raus. Du schön singen, kriegst einen schönen Preis in Golden und Rudi, ja. Geh raus. Jetzt tut mir nicht immer mit Spazi spielen, ja. Die Leute warten. Geh schon marsch. Die Finanz ist schon da. Wahnsinn, so viel Leid. Mein Management geht über Leichen und stellt die Weichen dann für mich. Ich zähl schon lang zu die ganz Reichen. Auch jeder zieht voll stolz, den Hut vor mir. Ich kenn die Meiter, diese Rampen, die Dömer sind in Ewigkeit. Die Konkurrenz steh' ich in Schatten jederzeit. Ein Wahnsinn, ich knirr vor mir. Mein Zutfall, das ist alles Platin. Im Hintern hab ich Gold nicht drin. Doch ich kann machen, was ich will. Ich bin der Dornenvogel, wie der Dornenvogel wird eh nicht. Hab ich's Charisma, wie der Neug. Ich hab Erfolg. Einmal, wenn's mir ein Denkmals setzen, darf über mich, ich mann's mir etzen. Und wenn wir's schon vergessen haben, sind's die Effe in der Bahn. Ich komm gut auf und da bist meins. Am schönsten sind sie sie in Leinz. Seien sie nicht erwähnt? Nichts ist fix g'mi, Frau. Ich bin der Neuche Konrads-Heinz. Der Neuche Konrads-Heinz. Wollt's ein Auto gern? Nein, lieber nicht. Der Neuche Konrads-Heinz. Servus die Mann. Servus die Bub. Das ist ein Wahnsinn. Das ist ein Wahnsinn. Vielen Dank.